ja das ist doch das ist doch gar nicht möglich das ist doch wie gerade ich schieße auf dem mal grünen panzer und er fliegt einfach weiter freunde herzlich willkommen zurück zu maruka deluxe auf den senden du switch mit mir eure waltion freunde natürlich ihr kennt mich wir gehen heute wieder schön online spielen letztes mal lief es ganz gut aber heute singe ich nicht heute singe ich definitiv nicht heute also heute habe ich mir vorgenommen ich singe nicht ja letztes mal habt ihr genug von mir gesungen bekommen ja ich wäre nicht dass mich irgend noch so ein so talent manager talent scout mich entdeckt so ist wie ich meine ich kann mit dem ruhm da nicht umgehen sei wirklich sehr sehr will er will ein album mit mir aufnehmen ja und ich gehe dann direkt platin alter ohne ohne probleme ich platin freunde ich kann das nicht wisst ihr mich meine das geht nicht das geht nicht freunde und deswegen freunde deswegen heute singe ich nicht und so läuft das alles jetzt geht schon los jetzt geht schon los ok ok was haben wir denn hier für leute ok perfekt jetzt drehe ich den fidget spinner hier ne und wenn er sich gleich nur dreht während ich fahre dann weiß ich habe kraft in der arme let's go der 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 und zum sie blöde weiß doch ab du stehst doch ab Ich bin voll drin, Freunde. Ich schwör's euch. Oh ja. Fuck. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm rum. Ich hätt die Doubles gebraucht. Definitiv. Wie kann denn der blöde Affe da... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh. Jetzt klau, was vernünftig ist. Jetzt klau, was vernünftig ist. Alter, der Blaue, habt ihr gesehen? Ich wollte noch gar nicht schleudern, aber ist egal. Komm, hau weg, ey. Nein, der hat eine Banane gehabt. Oh, Feuer, Feuer. Nein. Bam. Komm. Komm rum. Wie, du schlurderst das da hin, Toni, Alter. Dann komm ich nach Amerika. Nein, ich dachte, man komm ich... Nein. Ha. Ha. Der dreht sich immer noch, Alter. Ich schwör's euch. Guck. Der hat sich immer noch gedreht, Alter. Die ganze Runde. Nicht? Jetzt habt ihr meinen dreckigen Tisch gesehen, ne? Kommt man sehen, dass der dreckig ist? Nee, oder? Ich glaub nicht. Ich hoffe doch mal nicht. Ha. Diskodrom. Okay. Ach so. Ach ne, komm, lass es stecken jetzt. So. Come on. Ja, du blöder Affe. Er steckt den Ace hinter mir. Er ist im Windschatten gewesen, ey. Ich soll noch mal in meinem Windschatten sein. Go. Yo. Boah. Bam. Nochmal. Stinkender Affe. Oh, Gott. Treffe ich. Ich schwör's euch. Ich treffe ich. Jetzt treffe ich ihn. Wo ist... Ah. Wo ist mein Panzer? Egal. Egal. Okay, der ist immer nur erster, der Affe. Jetzt könnt ruhig mal ein Blower... Go. Könnt ruhig mal ein Blower-Panzer kommen. Ah, der geht auf mich, ne? Naja, das war mir so klar. Deswegen... Ich hab den auch extra nicht geschmissen. Ich wusste das. Ich wusste das. Gibt's hier eine gute Stelle? Ist egal. Komm, einfach einsetzen, ey. Weg damit. Alter, kann man einen am Blower-Panzer von innen bitte werfen? Nur einen! Komm, weg damit, Alter. Weg damit, weg damit. Ich brauch... So was brauch ich. Go! Auch wenn es lieber viel bringt. Ich muss das Ding... Nein! 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 Ja! Fahr! Nein! Der hat... Der hat... Der hat einen Pilz kam. Krass... Kras... Krass, der Typ. Guck mal, wer da gewonnen hat, Alter. Ja, sicher. Ist klar. Du siehst aus wie so ein... Wie so ein... Wie so ein Rechteck da... Oder so ein... So ein... So ein... Rechteck-Quadrat-Dreieck-Kreis-Typ... Von, ähm, Mr. Maker. So sieht der aus. Jetzt hat der Waluigi genommen, Alter. Gerade hat der Luigi, Waluigi. Der wechselt, oh, der wechselt seine Charaktere wie Unterwäsche, ne? D-d-d-d-d-d-d-d! Wow! Come on! Yeah! Da ist so die ekelhafteste Ecke hier. Yes, Alter. Da! Der drängt der mit... Warum denn auf mich? Das war nicht gerade fair. Das ist doch nicht so gut. Ich kann nicht singen, denn ich will hier gewinnen. Man juckt die Nase schlecht. Gott, ey. Boah, habt ihr gesehen, wie lange die Bombe gebraucht hat, bis die explodiert? Ey, heftig. Da, da, da! Ja! Ja! Das krieg ich dann wieder. Oh Gott, ich seh ja gar nichts. Alter, wie schlecht... Oh, 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 oh! Ah! What? Nein, der hat einen Bumerang. Oh, oh, oh! Oh, da ist der Affe. Der hat einen roten, Alter. Alter, wo hat er den denn her? Der kommt roter auf mich! Eine Münze! Ich werfe doch mal am Blauni, Alter! Bitte! Das gibt es nicht, oder? Das gibt es nicht. Ja! Nein, der hat einen roten Panzer gehabt. Ich werde jetzt weiterführen. Ja! Na! Das ist doch... Das ist doch gar nicht möglich! Das ist doch... Alter, wie gerade? Ich schieße auf den mal grünen Panzer und er fliegt einfach weiter! Das ist das zweite Mal, Alter! Der cheatet doch, der Japaner, Alter! Hat der bestimmt noch irgendwelche Tastenkombis? Oh, Ninja 2, Alter! Der ist schwer bekloppt, der in Deutsch ist dabei! Ninja, Digga, wir müssen zusammenhalten, Alter! Kann ich hier irgendwo reinsprechen? Hallo, Ninja! Komm runter, Marcel! Shit! Ninja, es tut mir leid! Es tut mir leid! Ein weiteres spät! Dude... ...deadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadeadead Ohhh... All right, ich geb alles! So, ich brauch den und ich brauch... Oh, gut. Okay, eigentlich sind wir gut dabei. Wenn jetzt kein blauer Panzer kommt, dann bin ich eigentlich mega gut dabei. Und ja, schön. Okay. Münze weg! Oh, der Waluigi kommt. Oh, der Waluigi kommt. Der Scarfi kommt. Ninja, helf mir bitte! Alter, warum ist der denn so schnell, der Typ? Alter, warum ist der denn so schnell? Oh, nein, nein, nein. Oh, nein. Nein, ich hab dich... Oh, no. Oh, mein Gott. Das war's für heute. Jetzt müssen wir ja voll da sein. Kann mir einer erklären, warum der Gavin seinen roten Panzer nicht verschießt? Nee, ne? Alter, Alter, boah, Alter, wohin denn? Oh Gott! Yes! Oh nein, 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 da war eine Flaschschwesterflasch, ich hab's gesehen. Warum? Oh nein, 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 nein! Ich bin doch jetzt gerade echt nicht mehr konzentriert, ey, das macht mich... Die letzten Runden haben mich wieder so bescheuert gemacht, ja, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen, Alter. Dann warst du die ganze Zeit erst da und dann passiert's wieder, Alter, bis du wieder... Oder dann wärst du dritter, obwohl du eigentlich den zweiten... Obwohl du eigentlich den zweiten hättest klar machen können. Kein Mensch weiß, wie... Kein Mensch weiß, wie so der Typ, ähm, Gas gegeben hat. Oder zum zweiten Mal. Bei mir war's ja auch so gewesen. Nein, sogar. Jetzt will ich den einen klauen können und nicht die beiden, Mann. Da ist aber auch noch alles nur eng beieinander, außer natürlich der Affe da vorne. Da ist aber auch ne Klasse für sich der Typ, Alter. Ja, ist ne Klasse für sich der Typ. Alter, 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 Alter. Gott, ich muss hier rum. Alter, da muss was kommen jetzt. Nur Pilze, ne, Leute? Jetzt verkacke ich das an der letzten... Wieder, wisst ihr mich mal wieder. Und ich bin raus für heute, ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst einen Daumen nach oben, dann lasst ein Abo, da wirst du nicht getan haben. Und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns gerne das nächste Mal wieder. Bis dann, alles Gute. Euer Whitey, das bin ich. Peace. Euer Whitey, das ist ein Abo, da wirst du nicht getan haben.